Hallo ihr Lieben! Normalerweise sitze ich ja als Volontärin in der Redaktion in Vechta, aber heute habe ich meinen kuscheligen Platz da getauscht, um hier auf der Jobmesse in Kloppenburg junge angehende Journalisten zu beraten, was sie am besten machen können und wie sie am besten in den Beruf einsteigen. Und ich habe mir gedacht, am besten schaue ich mich hier jetzt nochmal selber um. Bei den mehr als 160 Ständen geht es natürlich nicht nur um trockene Theorie, an vielen kann man auch praktisch erleben, ob Aspekte eines Jobs zu einem passen oder nicht. Und ich habe mir jetzt hier mal diese schöne Nagelbank ausgesucht und gucke mal, ob ich handwerklich irgendwas drauf habe. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, euch über die Jobs in der Region zu informieren, dann habt ihr heute noch bis 17 Uhr und am morgigen Samstag von 9 bis 17 Uhr die Möglichkeit, in die Münsterlandhalle nach Kloppenburg zu kommen und euch einfach euer eigenes Bild zu machen. Ja. 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 Ja.